Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Mittag, guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Momentan traden wir bei ungefähr 44.700 US-Dollar. Sieht momentan ganz gut aus. Und bevor wir starten, kleiner Reminder, heute Abend 19 Uhr, Livestream auf YouTube. Ich freue mich drauf, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ballert sie unten in die Kommentare, schreibt sie in die Telegram-Gruppe, Link ist mir unten in der Videobeschreibung. Und lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo auf dem Kanal, da würde ich mich drüber freuen. Ansonsten starten wir direkt durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 44.700 US-Dollar. Ich habe es hier schon leicht eingezeichnet. Ich zoome nochmal ein bisschen näher ran. Wir bilden hier möglicherweise gerade ein Ascending Triangle. Volumen ist noch nicht wirklich krass. Klar, ich habe es vorhin in der Telegram-Gruppe hatten, wir hatten eine kurze Diskussion wegen Volumen. Ist nicht sonderlich hoch, aber ich würde mir hier auf jeden Fall für einen Breakout, beziehungsweise für einen Retest, besseres Volumen vorstellen. Zwar nicht auf dem 4-Stunden-Chart, aber vielleicht auf den kleineren Timeframes. 15 Minuten, 1-Stunden-Chart, sowas in der Art. Was ich mir dann gut vorstellen könnte. Wir können mal ganz kurz das Preistil hier angucken. Das würde uns hier in diese letzte Supply-Zone erst einmal brechen, bevor wir dann wirklich Luft hätten, hier in diesem Bereich von 51.000 US-Dollar. Ich bin von der ganzen Bewegung wirklich noch nicht so wirklich überzeugt. Ihr kennt mich, ich bin noch etwas skeptisch. Ich habe auch keine Long-Position oder sonst was irgendwie momentan offen. Für mich, ich kann mir weiterhin gut vorstellen, jetzt mal abgesehen von dem Preistil hier, dass wir wirklich hier nochmal in diesen Bereich von ungefähr, was haben wir hier, 46.700 US-Dollar ungefähr reinkommen. Hier liegt der Monats-R1, also Monatswiderstände, eine Menge Supply-Zonen und ja, hier liegt eine Menge, Menge Widerstand. Deswegen vielleicht hier ein kurzer Wig nach oben, bevor wir dann möglicherweise wirklich eine Korrektur runter in den 40.000er-Bereich sehen. Sollten wir hier diese Zone natürlich durchbrechen, habe ich es gerade eben schon mal angesprochen, der Bereich um 51.000 US-Dollar wird dann auf jeden Fall interessant, dass wir vielleicht so einen letzten Moonshot, sage ich mal, kriegen, bevor wir dann hier wirklich nach unten gehen. Die Chance ist immer noch da. Ich bin auch immer noch ein bisschen skeptisch, sage ich mal. Huch, Kamera ist ein bisschen dunkel, egal. Immer noch ein bisschen skeptisch von dieser ganzen Bewegung aus. Aber ihr kennt mich, ich bin da relativ neutral, sage ich mal, eingestellt. Ein Shot in Richtung 51.000 ist auf jeden Fall möglich, bevor wir dann eine mögliche Korrektur nach unten hinsehen. Es wäre einfach gesünder, wir haben den RSI noch relativ weit oben bei 64.000, 65.000 in dem Rahmen. Ist noch relativ groß. Doppeltop ist auch noch nicht so wirklich raus, dass wir jetzt hier vielleicht nochmal ein Höheres hochkriegen und dann eine Trendumkehr sehen. Also ich bin noch nicht wirklich überzeugt, aber ihr kennt mich, ich versuche das relativ neutral zu halten. Ansonsten, worst case, ich behalte hier weiterhin mein Auge auf die 32.000, 33.000 US-Dollar. Es ist weiterhin möglich, ich möchte es nicht ausschließen, bevor wir, beziehungsweise wir könnten auch erst auf die 51k, bevor wir herunter in den Bereich zwischen 32.000 und 33.000 US-Dollar fallen könnten. Das sind wirklich nur Wahrscheinlichkeiten. Ich möchte es sich aus dem Blickfenster behalten. Ansonsten, wenn wir diesen Trend nach oben hin fortsetzen, wir haben jetzt ein Höheres hoch. Man sieht es hier drüben, wir sind über dieses Hoch zurückgekommen. Ist erstmal Bullish, Höheres hoch. Was ich mir noch wünschen würde, wäre ein Höheres Tief. Heißt, zu diesem Bereich um 36.000 US-Dollar würde es sich da ganz gut anbieten. Vielleicht ein bisschen höher, 37.000, 36.000 US-Dollar, um ein Höheres hochzubilden. Ansonsten, tieferes Tief ist natürlich, wie gesagt, es wäre dann dieser Bereich um 32.000, 33.000 US-Dollar. Wir müssen jetzt mal gucken, was hier noch am Volumen reinkommt, beziehungsweise ob mehr Shorts dann doch wieder getriggert werden. Momentan kurzfristig 51k auf jeden Fall interessant, dann wird es interessant. Wir haben jetzt hier noch unsere ehemalige Abtrendlinie, die auch noch in diesem Bereich bei ungefähr Monats R1 liegt, bei ungefähr 46.000, 47.000 US-Dollar. Retest da drauf, dann bullische Gegenbewegung, aber dann auch explizit ein höheres Hoch mit Volumen durchstoßen. Dann bin ich bullischer. Ansonsten kann es gut möglich sein, wir sehen ein Fake-Out nach oben und kriegen dann die Korrektur nach unten. Liegt alles noch so im Rahmen. Wäre auch einfach nicht bearish. Wir sind weiterhin in dieser übergeordneten Seitwärtsphase. Ihr könnt euch an den Charter erinnern von letzten Januar oder Februar rum. Wir sind in einer übergeordneten Seitwärtsphase. Das ist das, was momentan für mich zählt. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum haben wir ein relativ gleiches Bild. Auch hier, hier hat sich sogar die Bearish Divergence noch ein bisschen nach oben hingezogen. Also weiterhin bearish hier, kurzfristig auf den kleineren Timeframes. Wird dann auch interessant. Wir haben hier noch eine signifikante Abtrendlinie, die noch durchbrochen werden möchte. Und hier dieses Hoch bei ungefähr 3.400 US-Dollar. Ob wir das wirklich erreichen, steht ja in den Sternen, sage ich mal. Wird sich dann zeigen, wie Bitcoin reagiert. Ansonsten Abtrendlinie weiterhin intakt. Hier nach unten dieser Retest auf ungefähr 2.900 US-Dollar. 2.800 US-Dollar ist möglich. Hier liegt der Monatspivot, hier liegt der 200er, der SMA, hier liegt eine Demandzone. Also hier liegt eine Menge Support. Im Endeffekt sind es 3 dicke Support-Zonen. Retest hier hoch und dann den Trend nach oben hin fortsetzen. Das beachte ich momentan bei Ethereum. Ich bin auch hier in keiner Position drin momentan. Ich bin momentan eher auf der Seitenlinie. Wenn, dann eröffne ich eher so Long-Term-Trades mit einem 2er-Hebel. Aber da können wir dann nochmal genauer drauf eingehen. Ansonsten, was können wir uns noch angucken? Schauen wir uns mal B&B an. Haben wir uns ewig nicht mehr angeguckt. Auch hier, wir haben jetzt die Supply-Zone hier durchbrochen. Kleines Doppeltop gebildet. Korrektur nach unten. E-Mail-Ribbons haben gehalten. Der 200er SMA hat gehalten. Der Monatspivot hat gehalten. Also hier sieht es erst einmal Bullish aus. Was uns hier fehlt, ist auf jeden Fall Volumen in den Markt zu kriegen. Auch hier kein wirkliches Handelsvolumen, wo ich jetzt sage, ja, Breakout verdächtig. Können jetzt sagen, okay, kleines Double-Bottom-Pattern. Aber auch hier bin ich nicht wirklich davon überzeugt. Signifikant wird dieser Bereich hier um 500 US-Dollar, 470 bis 500 US-Dollar. Wir hatten hier ein wichtiges Key-Level, das sieht hier drüben immer Widerstand, Widerstand, Support, Support, Widerstand. Wenn wir in diese Region kommen, halte ich nicht für unwahrscheinlich, weil wir auch hier drüben noch dieses Void haben, was noch gefüllt werden möchte. Also ab 470 Dollar wird es hier wirklich interessant, ob wir hier eine kleine Trendwende oder Korrektur sehen. RSI, ja, mittlerer 50er-Bereich, also noch, sage ich mal, human. Schauen wir uns XRP noch ein bisschen genauer an. Hier hat man in den letzten Tagen einen ordentlichen Pump gesehen. Also ich weiß nicht, ob es da irgendwas gab. War aber auch mal überfällig, 34% sind wir hier nach oben geballert. Ja, auch hier, wir haben das kleine Void hier bis auf den Dollar genau gefüllt. Ansonsten haben wir hier viel, viel Widerstand. Ihr seht es hier drüben, Support, 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 Support. Und dann nach unten und jetzt sind wir hier wieder in dieser Widerstands-Area. Ich habe es jetzt noch nicht eingezeichnet, aber ihr könnt es euch ungefähr bildlich vorstellen, wie es hier momentan aussieht. Schauen wir uns noch ein paar Metacoins an. Sand hat weiterhin diesen Abtrend. Den haben wir ja im letzten Video hier gezeichnet. Weiterhin für mich signifikant, auch weil hier der 200er SMA liegt. Also eine kleine Korrektur hier runter würde ich mir sogar wünschen, einfach nochmal einen Retest zu sehen. Wären ungefähr 13%. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Weiterhin auch hier begeben wir uns momentan in einer wichtigen Area. Ihr seht es hier drüben, auch immer wieder Widerstand bzw. Support gewesen in dieser Area. Also auch ein wichtiges Key-Level, wo wir uns hier momentan befinden. Wir haben jetzt die ganzen Dumps nach unten mittlerweile aufgefüllt. Jetzt wird es wichtig, hier wirklich mal einen Durchbruch zu sehen. Aber dann auch mal wirklich mit steigenden Handelsvolumen. Also klar, wir dürfen das Volumen nicht überbewerten, sage ich mal. Aber es ist kein wirkliches Breakout vielleicht, dieses Volumen hier. Man sieht es hier drüben, wir hatten hier diesen krassen Pump. Hier hatten wir Volumen. Ansonsten immer nur dieses Rumgegammeln, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Also bin ich nicht wirklich davon überzeugt. Polkadot habe ich einen kleinen Trade aufgemacht. Ich glaube, ich habe es gar nicht in der Gruppe erwähnt. Einfach vier Stunden E-Mail-Ribbons getestet. Monatsp wird mittlerweile durchbrochen. Klar, wir haben jetzt hier noch einige Supply-Zonen, die wir jetzt gerade erst durchbrochen haben. So gerade so. Also weiß nicht, wer diesen Trade hier mitgenommen hat. Den Polkadot-Trade, den Short beim 200er-SMA hat sich gut angeboten. Stop-Loss, dann sofort im Profit. Glückwunsch an alle, die es mitgenommen haben. Ich glaube, ein paar haben es mitgenommen. Ansonsten können wir uns noch Luna angucken. Luna auch hier. Dieses Inverse Head & Shoulders wäre für mich mittlerweile hinfällig, weil hier einfach keine richtige Gegenbewegung reingekommen ist. Mehr wieder so seitlicher Ausbruch. Abfallendes Volumen, höhere Hochs. Kein gutes Zeichen, ehrlich gesagt, für so eine Bewegung. Wenn ich einen Pump sehen will, der Stärke hat, dann will ich auch immer ansteigendes Volumen sehen, beziehungsweise gleichbleibendes Volumen. Ansonsten ist das Interesse an steigenden Kursen für mich hinfällig. Es ist kein wirkliches Breakout-Volumen, beziehungsweise kein richtiges Kaufvolumen im Markt. Und das gefällt mir momentan an dieser ganzen Bewegung nicht wirklich. Wir hatten es vorhin auch in einer kleinen Diskussion, sag ich mal, in der Gruppe. Es wurden eine Menge Shorts liquidiert. Das war mit, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, immer noch der Grund, warum wir so krass gepumpt sind. Wir hatten dieses Void, wir hatten wenig. Wir hatten wenig Longs im Endeffekt. Das ist eigentlich das meiste wahr, wegen diesen Short-Liquidierungen. Deswegen bin ich weiterhin vorsichtig im Markt. Wenn ich dadurch Trades verpasse, ist es so, ich habe Spot genug nachgekauft und ich glaube, die meisten von euch draußen auch. Gut. Ansonsten schauen wir uns kurz die News an. Pay Pancake Swap Tutorials, so benutzt du die dezentrale Börse. Den Artikel hat Amman geschrieben. Mit dem kommt am Sonntag noch ein cooler Talk auf YouTube online. Wenn euch der Artikel interessiert, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten werde ich ihn euch später natürlich noch in die Telegram-Gruppe posten. Damit würde ich sagen, beenden wir das Video wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann heute Abend, 19 Uhr Livestream. Ich freue mich drauf. Ansonsten, wie immer, stay crypto.